Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von unserem Web-Shooter-Tutorial. Ja, wir hatten in der letzten Folge ja aufgehört damit, dass wir unseren Spieler schon mal ein bisschen bewegen können. Dass wir, ja, quasi vorwärts, rückwärts und so weiter und zur Seite, dass wir uns da so weit bewegen. Das, wie gesagt, funktioniert. Wir können nochmal ganz kurz reingucken. Hier sind wir und, wie gesagt, das funktioniert ganz gut. In dieser Folge möchte ich ganz gerne das Laufen reinbringen, dass unser Charakter jetzt auch laufen kann. Da werden wir noch ein bisschen was umändern. Und dann schlussendlich, wenn wir das drinnen haben, werden wir nochmal ein bisschen retagen. Und zwar die Animation für das Gewehr. Die werden wir auf unseren Charakter anpassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr das mit mir zusammen machen gerne. Ja, und falls ihr das schon gemacht habt, dann habt ihr schon gut vorgearbeitet. Und dann haben wir das soweit fertig. Ja, letztes Video ist mir aufgefallen. Ich habe euch gar nicht erzählt, in welchen Tonus ich die Videos quasi rausbringe. Auf jeden Fall einmal die Woche. Ich werde mich da auf keinen Tag mehr festlegen. Einfach, weil ich immer gucken muss, jetzt teilweise bei mir zwecks Arbeit, wie ich das am besten mache, da ich arbeitsmäßig mich ein bisschen umstrukturiert habe. Ich war ja vorher, wie gesagt, Intensivpflege tätig, ganz normal als Pfleger. Und das hat sich jetzt bei mir geändert. Ich bin zweimal noch in der Intensivpflege, bin aber jetzt in der Leitungsposition gegangen. Bin jetzt der Gruppenleiter geworden, bei uns in der WG quasi. Und von daher hat man nebenher nochmal ein bisschen andere Sachen noch zu tun. Deswegen möchte ich mir da gar nicht den Druck und den Stress machen und sagen, ja gut, Freitag 19.15 Uhr, so wie wir das beim letzten Tutorial hatten, mich da jetzt festlegen oder darauf festnageln. Ich werde jetzt die Woche auf jeden Fall einmal ein Video hochladen. Am liebsten wäre mir natürlich, ich sage mal so drei Videos in der Woche. Aber ich denke mal, das werde ich aus zeitlichen Gründen gar nicht schaffen. Deswegen habe ich mir überlegt, ein bis zweimal die Woche kommt auf jeden Fall ein Video raus. Also einmal auf jeden Fall. Wenn ich es nochmal schaffe, sodass wir halt zweimal in der Woche ein Video haben, dann ist das super. Allerdings möchte ich auch, wie gesagt, ganz gerne mal streamen mit euch zusammen. Hier ein bisschen was im Stream basteln. Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen ganz gut. Denn könnt ihr mir quasi beim Basteln ein bisschen über die Schultern schauen, eure Fragen gleich stellen. Dann kann ich das auch gleich nebenher beantworten. Ja, das, wie gesagt, wäre so das nächste Ziel. Gut, fangen wir aber jetzt an. Wir wollen das Laufen beibringen, unseren Spieler. Wir öffnen einfach das Player Blueprint. Hier haben wir das. Und wir brauchen jetzt natürlich erstmal eine Taste, oder wir müssen eine Taste festlegen, wo wir jetzt sagen, okay, pass auf, das ist die Taste. Mit der Taste, wenn die gedrückt wird vom Spieler, dann soll er laufen. Wir gehen wieder auf hier oben auf Edit, ganz klar Projekt Settings, das kennen wir schon. Und wir gehen hier bei Input rein und wir haben jetzt hier einmal Axis Mapping. Axis Mapping ist halt wirklich, wenn wir Achsen abfragen, ja. Also wenn es um Achsen geht, wie hier, wir hatten ja diese Move Forward, die Achse quasi für vorwärts und rückwärts. Move Right, die Achse für links und rechts. Und hier haben wir Action Mappings. Und dieses Mal wollen wir ja keine Achse abfragen direkt, sondern wir wollen quasi abfragen, drückt der Spieler die linke Shift-Taste und geht dann vorwärts oder drückt er sie halt nicht? Das ist jetzt die Frage. Okay, wir gehen jetzt einfach Action Mappings rein, drücken hier auf Plus, zack. Und machen hier Run, also das ist quasi der Name, wir benennen das mit Run. Und suchen hier Left Shift, da ist sie. Und dann ist die Sache schon fertig. Wir können jetzt hier unter Run suchen. Da zeigt er uns natürlich gleich ein paar mehr Sachen. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen Input, Unterstrich hier oder Unterpunkt, Action, Events und dann Run. Einmal raufklicken, dann haben wir es. So, dann müssen wir noch eine Variable vergeben. Das ist immer ganz gut, wenn man davor nochmal sagt, pass auf, der Spieler rennt jetzt. Ja, also einfach eine Abfrage. Zum Beispiel, wenn der Spieler rennt, dann könnte man sagen, okay, dann soll der Gegner, der ihn vielleicht verfolgt, auch sich ein bisschen schneller bewegen. Okay, wir gehen hier ganz normal rein, machen eine neue Variable, also einfach auf Plus drücken, Run und es muss eine Boolean-Variable sein. Enter, fertig. Wir ziehen uns das, linke Maustaste gedrückt, einfach rein und sagen Set. Hier einfach auswählen, Control-C, Control-V und dann haben wir jetzt beide Variablen drin. Ihr seht hier, hier steht drin, er pressed, also das heißt im Endeffekt, wenn gedrückt. Und wir haben hier einmal Released, wenn die Taste losgelassen wird, gehen wir auch da ran. So, nur soll es sein, wenn die Taste gedrückt ist, soll unsere Boolean-Variable hier an sein. Das mit den Variablen und das Ganze hier haben wir natürlich schon im Vorgängertutorial mit den Hacken-Slash abgearbeitet. Wer da jetzt nochmal ganz genau Input braucht, nochmal genau nachgucken möchte, Mensch, was meint der jetzt mit Boolean-Variablen und so. Wie gesagt, gerne das Vorgängertutorial angucken, da bespreche ich das Ganze. So, und wie gesagt, jetzt drücken wir das Ganze und lassen das los. Das ist an sich schön, aber kann das mal compilen und auch hier saven. Aber, ich drücke jetzt mal die linke Shift-Taste, ihr könnt es auch machen, er läuft nicht. Es passiert gar nichts. Das liegt einfach daran, dass hier hinter noch gar nichts eingestellt ist. Das müssen wir jetzt mal ändern. Wir gehen hier von der Timeline, einfach weiter, beziehungsweise, Entschuldigung, von der Boolean, von der Set-Boolean, einfach weiter und geben hier Timeline ein. Dann sagt er uns hier unten, Add Timeline, das wollen wir gerne haben. Und wir nennen das Ganze Run-Timeline. Ja. Eine Timeline, ich gehe da mal rein, wir machen einfach Doppelklick darauf, dann öffnet er uns das Ganze und ihr seht, hier ist schon ein paar Sachen eingegeben. Ich drücke jetzt mal auf Track und dann kriege ich hier die Frage, was ich denn überhaupt haben möchte. Ich könnte jetzt einen Callout-Track nehmen, einen Vector-Track, einen Event-Track. Ich möchte gerne einen Loot-Track haben. Das mache ich jetzt einfach und das nenne ich Run-Track-Floot. Dann nenne ich das Ganze und ich kann jetzt hier rechtsklicken, Add Key to Curve-Floot 0, mache ich auch und den setze ich jetzt mal ganz kurz bei 0 hin. Denn ich erkläre jetzt mal ganz kurz, beziehungsweise ich mache noch was auf, denn ist es auch ein bisschen anschaulicher für euch. Gehen wir in unsere Animationen rein und hier haben wir ein No-Weapon-Loco-BS. Das ist ja unser Blend-Space. Den haben wir in der letzten Folge erstellt. Den öffne ich mal und ihr seht, hier haben wir Speed. Wir haben das hier eingestellt und haben gesagt, Maximum Speed 500. Ja, aber und jetzt kommt die Sache, was wir einstellen müssen. Wir haben hier, also gehen wir hier hoch, ab 250 fängt der Charakter an quasi zu gehen. Das heißt, wir müssen hier, also bevor die Kurve startet, ist der Ausgangspunkt nicht 0, weil 0 wäre eidel. Wir wollen ja, dass er quasi von 250, also vom Gehen ins Rennen geht. Deswegen gebe ich hier als Start 250 ein. Nun ist das verschwunden. Ich kann das jetzt nach oben gehen. Ich mache mir das hier so ein bisschen breiter. So ziehen wir das hier ein bisschen hin. Ich kann da hier ein bisschen raus scrollen und dann sehen wir das. Hier ist unser Nullpunkt. Also es ist im Endeffekt ein Koordinatensystem. Und hier ist quasi unser Startpunkt mit den 250, die ich festgelegt habe. Und nun kann ich einstellen die Länge. Ja, also wir haben hier 5, ist natürlich viel zu lang. Wie gesagt, ich habe das hier schon mal, wie gesagt, vorbereitet. Ihr seht es, Länge 0,5. Dann haben wir einen schönen smoothen Übergang. Ja, also vom Gehen ins Laufen, dass er nicht so ruckartig ist. Aber es kann auch sein, dass der Spieler steht, also die Spielfigur steht und der Spieler drückt die linke Shift-Taste und dann W. Dann würde er sofort instant loslaufen, wenn wir jetzt hier 0 hätten, und einfach das drüber, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich, dass der Spieler dann auf die 250 geht und dann in diesen 0,5, ich ändere das jetzt hier mal um, 0,5, in diesem Bereich dann zu den 500 hingeht. Das müssen wir noch eingehen. Und zwar machen wir folgendes, wir machen hier rauf, auf unseren Nullpunkt, Rechtsklick und dann mache ich einfach Auto und gehe dann hier hin und sage nochmal Add Key. Und dann seht ihr, dann haben wir hier diese schöne Kurve drin, naja. Also einfach Rechtsklick, wie gesagt, Auto und dann hier irgendwo Rechtsklick hin und dann einfach Add Key, also einen neuen Key hier vergeben. Und der, wir haben gesagt, die Länge soll 0,5 sein, also machen wir hier 0,5, ist quasi Time. Ich ziehe das jetzt hier mal ein bisschen rüber. So, ich kann mir das natürlich auch hier in Zoom noch ein bisschen weitermachen, dann haben wir das hier einigermaßen vernünftig drin. Hier ist unser Nullpunkt, hier sind wir bei den 250. So, so sieht das ein bisschen ordentlich aus. Wie gesagt, das ist nur zur Anschauung, damit ihr versteht, was ich überhaupt hier mache. Hier noch ein bisschen raus. Also hier ist unser Nullpunkt, hier sind die 250, da sind wir im Gehen. Wir erinnern uns hier, bei 250 gehen wir und bei 500, da rennen wir. Ja. Und da haben wir jetzt eine Value von 610, ist natürlich Quatsch, wir machen hier die 500 rein. Compilen das Ganze, saven das Ganze und können dann hier einfach auf unseren Event Graph gehen. So, nur ist es so, dass wenn der Spieler, ich gehe jetzt hier auch mal wieder auf den Event Graph, wenn der Spieler aufhört, die Taste zu drücken, dann müssen wir, und er ist jetzt bei 250 oder beziehungsweise bei 500, also er läuft und der Spieler hört auf, die linke Shift-Taste zu drücken. Dann soll er wieder ins Gehen zurückgehen, aber schön smooth, das kannst du gerne. Deswegen machen wir hier und gehen hier ran an den Reverse. Das heißt, er geht dann zurück in die 250. Das haben wir dann auch schon mal fertig. So, nun das Nächste ist eigentlich relativ einfach. Wir haben hier das Charakter-Movement und wir haben hier Max Walks, der ist jetzt momentan bei 250. Das ist auch richtig. Und zwar ziehe ich mir jetzt den einfach hier rein, einfach linke Maustaste, also das hier ausfühlen, Charakter-Movement, linke Maustaste gedrückt halten, gemeiß ich mir hier drin und suche nach Max Walkspeed. Und jetzt sagt er mir Get oder hier, wir brauchen Set. Get heißt, wenn ich frage, also wenn ich jetzt etwas abfrage und sage quasi, gib mir den maximalen Walkspeed aus und Set ist, wenn ich den selber setzen will. Wir wollen den maximalen Walkspeed ja selber setzen. Deswegen wählen wir das hier einfach so aus und gehen hier auf Update, weil er es die ganze Zeit machen soll. Er soll es ja nicht nur einmal machen, sondern die ganze Zeit. Und als Walkspeed nehmen wir unseren Run-Track-Floot. Ja, das ist ja die Ausgabe quasi, wenn ich hier reingehe. Das ist ja hier, deswegen haben wir den Run-Track-Floot erstellt. Das ist hier quasi 250 bis 500. Also das dazwischen ist quasi die Abfrage. Jetzt mache ich mal Save. Machen wir das, minimieren das Ganze und jetzt gehe ich und ich lauf. So. Ja. Man muss sich sagen, sieht das ziemlich unschön aus, das Ganze. Gefällt mir nicht. So, wenn ihr diese Sachen habt hier, die werden wir auch gleich fixen, hier diese Probleme. Ihr seht immerzu hier diese schwarzen kleinen Artefakte, die kommen. Das machen wir auch gleich. Falls ihr die haben sollte, zeige ich euch gleich, wie es weggeht. Bevor wir das aber machen, gehen wir wieder rein in unseren Player. Beziehungsweise hier Content-Drawer und diese No-Weapon-Loco-BS haben wir auf. Und jetzt mache ich mal folgendes. Jetzt mache ich mal den Speed bei 800 hin. Und jetzt haben wir ja hier den Run. Den machen wir auch auf 800. Und wir haben den hier, diesen Joggen. Also hier dieses Joggen. Das setzen wir uns auf 500. Ich habe nämlich überlegt, wir können das so machen, wenn wir jetzt einen Zombie wieder zum Beispiel im Wave-Shooter abschießen. Und der kann ja irgendein, ja, irgendwas fallen lassen, irgendein Loot fallen lassen. Oder anderen vielleicht auch, dass wir halt kurzzeitig, aber wirklich nur kurzzeitig, schneller laufen können. Also, dass er dann kurzzeitig, wenn wir das Item aufnehmen, was weiß ich, fünf Sekunden oder so, wirklich so dann rennen. Ja, dann rennen wir halt wieder 2,5 oder 5 Sekunden und dann gehen wir wieder zurück. Deswegen machen wir den auf 800. Für uns quasi erstmal uninteressant. Also das oben hier, dieses Rennen können wir quasi dann rausstreichen. Für uns erstmal uninteressant. Brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt mal auf Play. Und ihr seht, das sieht auch ein bisschen besser aus, ja, wenn er so, ja, ich sag mal, wenn er so ein bisschen joggt. Ja, das sieht ja nicht so unnatürlich aus, wie, als wenn er rennt. Das ist halt Geschmackssache. Gut. Und ihr seht, wenn ich jetzt stehe, am besten, wir machen das so ein bisschen schräg, und ich drücke jetzt, äh, ja, A und S gleichzeitig. Er, er sieht halt ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen angenehmer aus. Ja, und wenn ich jetzt die Schifftaste loslasse, ne, dann ist es auch nicht so abrupt, ne, dann gehe ich zurück im Walk. Gut, wir wollten jetzt erstmal das mit den Artefakten, äh, fixen, darauf, gehen wir einfach auf Edit, Projektsettings, geben hier einmal Shadow. So, und dann haben wir hier Shadow Map Method, Wirtel Shadow Maps in Klammern Beta, wollen wir nicht, wir wollen Shadow Maps haben, einfach auswählen, und, ähm, ja, Control Shift und S, das war einmal speichern, und dann haben wir halt diese Artefakte auch nicht mehr, ja. Ich weiß, mit der 5.1er ist es, äh, um einiges besser geworden, da sind sie halt nicht mehr so vertreten, aber wir haben ja jetzt die 5.03, äh, ich bin echt gespannt, wenn die 5.1.1 rauskommt, ähm, dann denke ich mal, werden wir nochmal ein extra Video machen, um das Ganze dahin zu, abzudaten auf die 5.1.1, aber momentan ist sie halt nicht draußen, und, ja, bei der 5.03, äh, sind die Shadow Maps, wie gesagt, nicht so, ja, nicht so schön, wie gesagt, bringt öfters mal Artefakte, gerade wenn man jetzt so die Animationen abspielt. Gut, das haben wir fertig, ähm, jetzt geht's nochmal ans Rethagen. So, ähm, da habe ich hier das Animationen-Starter-Pack, das habe ich ja schon reingebracht, ich habe jetzt hier das Mesh quasi, also das kennen wir schon aus der letzten Folge, und ich gehe einfach rauf, rechtsklick wieder, ähm, Animation, IK Rick, und jetzt suche ich mir das Skelett raus, äh, von Animationen-Starter-Pack, das ist es nicht, äh, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht, nö, hier ist es, also es ist bei mir, game, schrägstrich, äh, anim-Starter-Pack, schrägstrich, ue4-Mannequin, schrägstrich, mesh, und dann, ue4-Mannequin, skeleton, und so weiter, na, also da müsst ihr gucken, das ist es in meinem Fall hier, ich nenne das jetzt einfach mal, an dem, Starter, unter Strich, unter Strich, IK Rick, so, dann, doppelklick, dann öffnet er mir das Ganze, den Player können wir schließen, da sind wir für heute drinnen, fertig, und, ähm, dann gucke ich bei, ähm, bei unserem Player rein, beziehungsweise bei, Cashel, SEK Casual, Mannequin, Charakter, da, wo haben wir es denn abgespeichert, dann suche ich mal, IK, und hier haben wir das, na, also das ist immer ganz gut, wenn man das richtig benennt, dann, ja, wie gesagt, wenn man das jetzt nicht, also wie gesagt, bei mir ist das dann immer so, mal ein paar Tage nicht gearbeitet in dem Projekt, und, ähm, denn das zu finden, sich durch die ganzen Ordner zu klicken, ich meine momentan, wir haben ja jetzt nicht viele Ordner hier drinnen, wenn wir da mal ganz ehrlich sind, das ist ja noch nicht viel, wir haben ja noch nichts zum Level mäßigen, wir haben noch keine Gegner drinnen, also wirklich nur ein paar, äh, Ordner, und, ähm, wenn das nachher hier sich um einiges füllt, dann ist es natürlich dann doof, wenn man erstmal die ganzen Ordner durchklicken, muss, deswegen immer gut, wenn man das einigermaßen vernünftig benennen tut, so, dass man das dann findet. so, also, hier ist unser Casual, den Kämpfer, das haben wir gemacht, und, äh, ja, hier geht's quasi los, Elvis, Rechtsklick, und dann, Set Retarget Root, ja, das ist ja das Erste, und, was ich euch in der letzten Folge noch nicht gezeigt habe, ist, man kann jetzt auch hier reingehen, bei Spine zum Beispiel, und, ihr seht, der Cursor ändert sich, dass ich jetzt schreiben kann, einfach auswählen, Control-C, Escape, und dann kann ich zum Beispiel hier, das auswählen, äh, ja, zack, Control-V, und dann hab ich's drinnen, ist ja noch mal einiges einfacher, gerade so, äh, wenn man sich mal vertippt, kann das schnell zu Fehlern kommen, und so habt ihr eigentlich immer, ja, ich sag mal, äh, den richtigen Namen, wie auch hier, äh, in den Animationsstarter, IK-Rig jetzt zum Beispiel, also in das Rig, was wir retagen wollen, drinnen, ja, also macht die Sache um einiges einfacher. So, dann haben wir das, dann wollen wir jetzt mal, ähm, Klavikel wieder nehmen, Rechtsklick, ne, einfach wieder darauf gehen, Rechtsklick, ne, einfach wieder hier, New Retarget, Chain from Selected Bones, genau das lassen wir so, da ändert sich nichts, und jetzt gehe ich hier hin, jetzt kommt der Left Arm, auch hier einfach auswählen, Control-C, zack, und gehe dann hierhin, bei Upper Arm, äh, Unterstrich Left, gehe hin, present Unterstrich, L für Left, und, ja, mache einfach, New Retarget Chain from Selected Bones, einfach wieder auswählen, Control-V, dann ersetzt er das, Left Arm, okay, wunderbar, haben wir, haben wir drinnen. Dann gucke ich, was habe ich jetzt hier als nächstes, ach, der rechte Arm, alles klar, auswählen, Control-C, Escape, und gehe dann hier rein, suchen wir dann wieder, ähm, Upper Arm, Unterstrich R, und gehe bis, Hand, Unterstrich R, halt einfach die linke Shift-Taste gedrückt, äh, linke Maustaste einmal hierhin drücken, zack, dann hat er mir das ausgewählt, Rechtsklick, New Retarget Chain from Selected Bones, und, auswählen, Control-V, fertig. So, dann habe ich ja jetzt hier Index Left, da kann ich auch einen kleinen Trick noch machen, ich wähle mal einfach das Left aus, Control-C, zack, gehe rein, und gehe einfach hier rauf, äh, auf Index, äh, Unterstrich 0, 1, Unterstrich L, äh, linke Shift-Taste, und dann Index, Unterstrich 0, 3, Unterstrich L, auswählen, wie gesagt, drei, äh, Finger haben immer drei Bones, ne, deswegen haben wir 1, 2, 3, machen jetzt hier wieder, New Retarget Chain from Selected Bones, so, und jetzt habe ich folgendes, jetzt mache ich hier einfach bei Index, Unterstrich, wähl, 0, 1, Unterstrich L aus, Control-V, hab Left drin, fertig, spare ich mir ein bisschen Zeit, und so mache ich das hier egal, weg, ich weiß, ein paar hatten da jetzt in der letzten Folge ein bisschen Probleme gehabt, deswegen mache ich mit euch das nochmal zusammen, äh, die Zeit nehme ich mir recht gerne dann, so, hier nochmal das Pinky, zack, hier, auch den Ringfinger nehmen wir mit, und, und, den Daumen auch noch, so, dann haben wir schon mal die linke Hand quasi jetzt drinnen, die haben wir schon mal gut verpackt, und jetzt geht's los mit Index Right als nächstes, auch hier einfach das Right auswählen, Control-C, Escape, äh, hier hin, und dann suchen wir uns hier Index, Unterstrich 0, 1, Unterstrich R, und, ja, linke Shift-Taste gedrückt halten, Index, Unterstrich 0, 3, Unterstrich R, alle, also drei Bohnens ausgewählt, davon möchten wir eine Kette erstellen, und hier das gleiche, ab Index, Unterstrich, alles auswählen, Control-V, und, fertig ist. So mache ich das dann halt, mit den restlichen Fingern der rechten Hand auch, so, das Pinky noch dazu. Es ist halt zum Anfang erstmal mühsam, ne, das alles so reinzubringen, aber, ähm, ja, dafür habt ihr nachher wirklich Entspannung, ne, gerade wenn man so Skeletten hat für Gegner, ne, also wenn man jetzt so, meistens ist es so, dass Gegner ja sich ein Skelett teilen, ähm, verschiedene Meshes drauf haben, da ist das immer recht angenehm, macht man einmal, dann hat man das quasi fertig, ihr seht ja, vom Charakter haben wir das schon fertig, das brauchen wir nicht mehr machen, ne, das ist dann halt wirklich nur bei den Animationen, und wenn die Animationen hier auch fertig sind, dann brauchen wir es auch nicht mehr machen, das heißt, wenn ich einen neuen Charakter jetzt hier reinnehme, einen Gegner oder sowas, und ich möchte, dass er auch die Animation hat, dann brauche ich das auch nur noch für diesen Charakter nochmal machen, und dann ist das fertig, und, ähm, dann kann ich gleich den Retargeter anschmeißen, das ist also wirklich eine gute Sache. So, wir haben jetzt die Sachen soweit drinnen, wir haben also unsere, ja, hier Spine, ne, also Torso Bereich, äh, Schultern links und rechts, der linke Arm, der rechte Arm, dann, ähm, die linke Hand, dann haben wir hier auch die rechte Hand fertig, als nächstes kommt der Head, das will ich mir hier auch wieder aus, Control C, Escape, einfach hier rüber gehen, Neck-01, und dann Head, auswählen wieder, wie zuvor auch, und hier auswählen, Control V, fertig. So, dann kommen wir, linkes Bein, das war ja ein bisschen tricky, da gehen wir ran, ähm, ganz normal, ihr seht's hier, äh, Psyc-L, und hier müssen wir natürlich, Psyc-Twist, unterstrich 01, unterstrich L, alles auswählen, rechtsklick, zack, das auswählen, left leg, einfach reinsetzen, äh, und dann einfach hier mit OK, OK bestätigen, das Ganze, hier auf dem Mülleimer-Symbol klicken, und hier suchen wir uns, Ball left, dann ist das auch fertig, und jetzt brauchen wir nur noch das, äh, rechte Bein, das gleiche hier nochmal, äh, einfach TIG-R auswählen, bis TIG-Twist 01, unterstrich R, wie gesagt, linke Schifftaste schön gedrückt halten, einfach rauf, mit der linken Maustaste, rechtsklick, und dann New Retarget Chain, from selected bones, und hier auswählen, Control V, dann ist das drin, wie gesagt, das OK, OK, wieder auf den Mülleimer raufklicken, und hier, Ball unterstrich R auswählen, das haben wir fertig, wir sehen das Ganze, ähm, dann können wir das hier soweit zumachen, und, ähm, gucken nochmal nach Retargeter, kann nämlich auch nach sämtlichen Source suchen, allerdings hier, und dann habe ich nämlich auch hier, ja, Mocap, I, G, RTG, den kann ich mir mal aufmachen, und, dann gehe ich zum Beispiel, wieder rein, in unser Animationsstarter, Mannequin Mesh, und sag, Animation, na, IK Retargeter, hier wähle ich jetzt aus, von welcher, also von welchen, äh, IK Rick wir das Ganze kopieren wollen, das ist von unserer Animationsstarter, unterstrich IK Rick, was wir gerade erstellt haben, und das nennen wir dann einfach, Anim, Starter, unterstrich, IK, RTG, so, Doppelklick, dann öffnet er mir das hier, und dann kann ich hier nochmal gucken, kann hier unseren Casual, unterstrich IK Rick rausnehmen, den haben wir, wie gesagt, letzte Folge erstellt, gehen auf Shane Mapping, und, wir können jetzt hier Spine auswählen, ja, können das hier nochmal machen, und ihr seht hier, Globally Scaled, den Trans, äh, Translation Mod, ist halt nicht, äh, ja, ist quasi nicht ausgewählt, wir müssen Globally Scaled nehmen, das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt Animationen habt, ähm, die so ein bisschen Root Motion mäßig sind, also, die einer Achse folgen, und ihr habt das nicht ausgewählt, passiert folgendes, dann führt er diese, äh, Animation, äh, auch so aus, also er geht, wenn wir jetzt mal annehmen, er geht hier ein Stück, und dann springt er wieder zurück auf einen Nullpunkt, geht wieder ein Stück, ne, also, deswegen immer Globally Scaled auswählen, wenn ihr halt Animationen auch habt, ähm, die auf Achsen, also die eine Achsenverfolgung drinne haben, und das haben die meisten, es gibt halt, also einige, die schon von Hause aus in Place sind, so wie bei den Mocap, aber es gibt halt auch Animationen, die es nicht haben. Gut, das haben wir jetzt soweit ausgewählt, das ist drinne, wir können jetzt auf den Asset Browser, und, ähm, wir können ja mal, wir können ja mal hier Crouch, Idle, Riffle, Ironside nehmen, ja, und wir sehen, wir sind hier ganz entspannt drinne, das passt soweit, das sieht alles gut aus, man kann hier immer noch mal ein bisschen kontrollieren, ähm, Finger passen, die Hand, das passt alles, die Füße passen, ja, das sieht ganz gut aus, äh, du kannst ja mal Jog Forward Riffle, auch das macht er, wunderbar, sieht gut aus, ja, mach mal hier auf Pause, dann mach ich einfach Ctrl A, wähl alles aus, ja, Export selected animation, äh, dann haben wir Player, wir haben Animation, rechtsklick, New Folder, und hier nenne ich eigentlich, Anim, unterstrich, Starter, unterstrich, Pack, okay, und dann sage ich einfach, okay, da soll er sie rein kopieren, das macht er, das dauert halt je nachdem, wie schnell euer PC ist, und wie viele Animationen man hat, das ging jetzt relativ fix, ein bisschen länger, nun haben wir überall die Sterne, das kriegen wir weg, indem wir Ctrl, Shift und S für Save All machen, das dauert jetzt auch nochmal einen kleinen Moment, schon fertig, wunderbar, so, und nun haben wir sämtliche Animationen hier drinnen, können wir mal gucken, ähm, zum Beispiel, Reload Riffle, na, das haben wir hier, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, um das mal zu testen, nimm mal hier unseren Dude rein, also Preview Mesh, und dann hier Mesh, äh, unterstrich PC, unterstrich 03, und, wunderbar, hat, wunderbar hingehauen, ich kann auch hier Apply to Asset machen, dass er das wählt dafür, und dann ist das fertig, so, äh, wir können nochmal ganz kurz durchsprechen, wir haben ja jetzt hier sämtliche Animationen, ähm, was wir denn jetzt eigentlich machen wollen, also was soll bewegungsmäßig sein, also ohne Waffe, hab ich mir jetzt so vorgestellt, ohne Waffe, würde ich ganz gerne, dass der Spieler, quasi so wie jetzt, er kann gehen in allen Richtungen, und er kann laufen in allen Richtungen, ich denke, das reicht, ist auch wieder so eine Sache, mit der Animation, äh, so viele Animationen, haben wir ja leider nicht, na, also das ist ja jetzt hier so, die Animationen, ähm, die wir haben, im Endeffekt, ähm, wir haben jetzt hier zum Beispiel, die Crouch Idle, man könnte jetzt auch, man kann sich das gucken, man könnte jetzt auch diese Crouch Idle, könnte man noch einbauen, also wenn man jetzt crouchen möchte, könnte man das mit reinnehmen, das Problem ist, bei uns halt einfach jetzt, ähm, dass wir jetzt, also ich, ich sag mal, dass wir jetzt keine Funktionen so wirklich haben, für das Crouchen, ja, also beim Wave-Shooter kommen die, ähm, Viecher ja, die Gegner auf einen zugerannt, von verschiedenen Richtungen, und man wehrt sie ab, ja, also es ist jetzt, also es würde jetzt Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, so ein Top-Down-Survival-Spiel habe, dann würde ich mir noch, ähm, so Stealth-Kills dazu holen, als Animation, die dann programmieren, und dann quasi, dann macht es Sinn, dann habe ich das Crouchen, dann kann ich da angreifen, töten, oder ich könnte auch machen, dass, äh, ich crouche, wenn ich crouche, dann bin ich schlechter hörbar und sehbar für die, äh, Gegner und kann mich da quasi an denen vorbeischleichen, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, für uns erstmal uninteressant, äh, hier in den, äh, Basic-Motion-Pack, äh, beziehungsweise in unserer Starter-Pack, da haben wir zwar auch das Crouch, äh, Crouchen drinnen mit Waffe, aber wie gesagt, würde bei uns rausfallen. Dann, ähm, das nächste ist das Reload, momentan seht ihr das hier, äh, da steht er, ja, das möchte ich nicht, das werde ich mit euch ändern, das werden wir überblenden, also ihr werdet nachher lernen, wie man Animationen überblendet, das heißt, wenn er sich bewegt, mit der Waffe, wenn er geht, oder, äh, auch beim Laufen, dann wird er, also der Unterkörper läuft, hat die Laufanimationen drinnen, und er wird reloaden. Er wird nicht reloaden, äh, wenn er im, oder wir werden mal gucken, wenn er aimt, ob wir das dann auch machen, da müssen wir mal sehen. Das Problem ist hier, an der ganzen Sache, wir haben nämlich nur vier Animationswege, das heißt, ich habe nur eine Animation für vorwärts, für rückwärts, und für rechts und links, ja, also das kann ich euch mal zeigen, hier, ne, das wäre jetzt, äh, wenn er nach rechts geht, wenn er nach links geht, ja, vorwärts, ne, und rückwärts. Das Problem ist, ich habe keine Animationen für diagonal, das heißt, wenn wir vorwärts rechts gehen, vorwärts links gehen, äh, vorwärts, beziehungsweise rückwärts links, rückwärts diagonal rechts, haben wir die Animationen nicht, er überblendet das zwar trotzdem, sieht aber jetzt nicht, ich sag mal, es ist okay, wir können damit leben, es sieht jetzt aber nicht super aus. Das nächste Problem, an der ganzen Sache ist, äh, wir haben zum Beispiel hier Reload Pistol, ja, da ist das Problem, das ist gut, aber ich habe keine Animationen für die Pistole, ja, also ich habe jetzt keine Animationen, äh, wo ich jetzt zum Beispiel Geh-Animationen mit Pistole, habe ich nicht, ähm, von daher fällt Pistole raus bei uns hier. Also wir werden wirklich nur Gewehr nehmen, vielleicht müssen wir mal gucken, wenn ich irgendwo noch ein Modell dazu finde, können wir auch die, ähm, Shotgun nehmen, also ihr seht's hier, ihr lädt die ja schön nach, ne, so eine Shotgun, das könnten wir machen, und dann im Endeffekt hört das eigentlich schon auf, also das wäre unser Bewegungsapparat, dass wir gegebenenfalls eine Shotgun haben, mit der wir dann schießen, ähm, dass wir, wie gesagt, da lege ich mich aber noch nicht so drauf fest, aber auf jeden Fall, dass wir so ein Maschinengewehr haben, oder sag ich mal, einen normalen Karabiner, mit Einzelschuss, das können wir bauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, werden wir, dass wir halt, ja, unsere Waffe nachladen können, das drinne, äh, dass wir im Aiming, uns dann den, also, dass wir dann ein, Fadenkreuz haben, und wir drehen uns nach dem Fadenkreuz, das werden wir auch bauen. Das war es dann eigentlich bewegungstechnisch, äh, für den, ja, für den Spieler, wie gesagt, hier haben wir noch denn, die Sterbeanimation, ähm, die werden wir später wieder, ganz zum Schluss anpassen, dann ist der Controller fertig, also da werden wir jetzt nicht allzu viel, äh, Zeit investieren im Bewegungsapparat, einfach weil die Animationen nicht da sind, ja, also jedenfalls keine For Free, ähm, bezahltechnisch sieht das schon anders aus, na, äh, da gibt es natürlich richtig gute Animationen, gerade von Kubold, kann ich da echt empfehlen. Ja, das war es für die Folge, das, äh, ja, wie gesagt, war kurz und knackig das Ganze, na, so, wir haben drinne wirklich, dass wir jetzt laufen können, und in der nächsten Folge machen wir uns bei, ähm, dass wir dann, ja, die Animationen, also ein Blendtree erstellen, und Animationen einfügen, dass wir mit der Waffe gehen können, ne, wir werden später noch eine Waffe uns, ja, besorgen, äh, ich hab das schon gesehen, beim Assets-Zorg gibt es ein paar Free Assets, äh, was Waffen angeht, ähm, da werden wir nehmen, Muscle Flash muss ich sehen, also eins hab ich gefunden, allerdings auch wieder nicht, also, ähm, keine für die Shotgun, ja, also wenn wir eine Shotgun, wenn ich ein Modell finden sollte, was for free ist, dann wird, ähm, da definitiv kein Muscle Flash drinnen sein, weil, ähm, ich sag mal, das zu erstellen, und so, das springt einfach wieder den Rahmen, also, und das wäre jetzt auch noch nicht so für Anfänger, oder auch nicht so für Anfänger fortgeschritten, also ich sag mal, der Kurs jetzt hier, äh, beziehungsweise diese Serie ist ja mehr so für, ja, ich sag mal, ähm, Anfänger fortgeschrittene gedacht, und, ähm, da jetzt ein eigenes, also jetzt eigene Partikel, äh, zu basteln, ähm, wie gesagt, ist auch ein bisschen strange, und, äh, mein Ziel ist es ja, euch, ähm, an die Unreal Engine 5 ranzuführen, dass es euch Spaß macht, dass ihr, äh, euch da selber was erstellen könnt, dass ihr da eine Grundlage habt, und, äh, nicht euch gleich zu vergraulen, und, ähm, deswegen denke ich mal, ähm, lassen wir das dann einfach weg, ist ja nicht so wild, also mit Sound muss ich auch gucken, ich denke mal, Sound lassen wir auch erst mal weg, äh, wir machen wirklich, Controller-technisch, wir machen Gegner wieder rein, so dass ihr ein Grundgerüst habt, und den Rest gucken wir dann einfach, wie gesagt, ähm, vielleicht vom Lyra-Starter-Kit, vielleicht da die Sounds, obwohl wir mir die jetzt auch nicht so sehr zusagen, äh, weil die halt einfach schon wieder ein bisschen zu futuristisch sind, müssen wir mal gucken, wenn ich was, was noch finde, wo ich sage, okay, gut, die Sounds können wir nehmen, die sind for free, dann ist es okay, dann packe ich die rein, und wenn nicht, dann, dann gibt's halt keine Sounds, ist, denke ich mal, auch nicht so schlimm, oder ihr könnt ja auch die Sounds nachher, äh, euch selber im Pack kaufen, im Soundpack, und die dann nachhaltig einbringen, wie ihr möchtet. Gut, das war's aber, wie gesagt, von der Folge, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, wir sehen uns nächste Woche wieder, äh, und wenn alles klar geht, vielleicht am Wochenende zu einem kleinen Stream, mal gucken, ich bin damit raus, vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen da lassen, gerne auch Kommentare da lassen, freue ich mich immer drüber, bei Fragen, könnt ihr gerne auch Kommentare da lassen, kommt ins Discord, da könnt ihr auch mich mit Fragen löchern, und, ja, wie gesagt, ich bin raus, euer Zissl, gerne bis zum nächsten Mal, ciao!